Olaf Scholz ist der erste Staatsgast aus der EU seit drei Jahren, der in China empfangen wird. Für den Bundeskanzler ist der Besuch eine Bewährungsprobe. Denn es gibt eine Reihe von Problemen, die den Umgang mit China derzeit erschweren. China ist Deutschlands größter Handelspartner. Deshalb ist die Schwäche der chinesischen Wirtschaft auch für Deutschland ein Problem. Einer der Gründe ist Chinas Null-Covid-Strategie, von der Peking aber unter keinen Umständen abrücken möchte. Das Ausbleiben russischer Gaslieferungen hat der Bundesregierung die eigene Abhängigkeit von Moskau vor Augen geführt. Doch auf China ist Deutschland noch viel mehr angewiesen. Die Abhängigkeit steigt mit chinesischen Investitionen in Europa, wie unlängst beim Einstieg eines chinesischen Staatsunternehmens beim Hamburger Hafen. Unter Präsident Xi steuert China immer mehr in eine totalitäre Richtung. Kritiker werden mundtot gemacht und Minderheiten unterdrückt. Presse und Meinungsfreiheit gibt es nicht mehr. Scholz steht deshalb unter großem Druck, Kritik an der Führung in Peking zu üben. Andererseits will die deutsche Wirtschaft weiter lukrative Geschäfte in China machen. Mit von der Partie beim Scholz-Besuch sind etwa die Chefs von VW und BASF. China profitiert stark vom Ukraine-Krieg. So bezieht die Volksrepublik russisches Öl zum Billigpreis, das der Westen nicht mehr kauft. Ganz allgemein wächst seit Kriegsbeginn der Warenaustausch zwischen Russland und China. Damit nimmt Peking den westlichen Sanktionen ihre Durchschlagskraft. Und was würde passieren, wenn China in Taiwan einmarschiert? Dann stünden Sanktionen gegen Peking an, die die deutsche Wirtschaft empfindlich treffen würden. Falle Westen